Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute nochmal mit NPM-Modulen, so wird es wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen weiter gehen. Und ja, heute mit dem Modul Browserify. Das heißt, was ist erstmal das Problem, was wir mit Browserify lösen wollen? Naja, wie wir es bisher gesehen haben, mussten wir jede Bibliothek, die wir installiert haben, in unser Frontend reinklatschen. Das heißt, wir mussten jedes Mal sagen, ey, index.html, hier bitteschön, ist diese JavaScript-Datei. Ey, bla bla bla, hier ist diese JavaScript-Datei. Und so weiter und so fort. Und das nervt auf Dauer. Aber warum ich jetzt hier ein neues Projekt angefangen habe, ist ganz einfach. Denn mit jQuery könnt ihr es nicht anders machen. jQuery ist relativ doof, was das angeht und zwingt euch leider dazu. Aber wie können wir das besser machen? Naja, ganz einfach, wir arbeiten mit dem neuen JavaScript, JavaScript 6, beziehungsweise den nachfolgenden Versionen, die leider halt von vielen immer noch nicht so ganz akzeptiert wurden. Okay, so, was brauchen wir erstmal? Naja, wir haben ein neues Projekt, also machen wir hier erstmal ein NPM-Init. Okay, was wollen wir machen? Naja, wir nehmen den Package-Name, wir nehmen die Version, Description, Index.js, Test, Command, Test, Git-Repository, ähm, ja, bleibt erstmal leer, Keywords, Author, Morpheus und MIT-License. So, okay, passt, passt eigentlich soweit erstmal, ja, das ist jetzt nichts Spektakuläres, das haben wir ja schon mal gemacht. So, die Package-JSON hat jetzt also überhaupt noch keine Abhängigkeiten. Und ja, ich weiß, dass ich hier beim Test-Skript einfach erstmal Test reingeschrieben habe, dazu kommen wir noch. Okay, jetzt, was will ich tun? Naja, ich will Bibliotheken verwenden. Ähm, dazu benutze ich NPM-Install zum Beispiel Spin.js. Ich mag eigentlich die Animation ganz gerne, deswegen, ich zeige euch gleich, wie das Ganze aussieht und es ist relativ cool, ähm, was dabei rauskommt am Ende. Okay, was mache ich jetzt hiermit? Naja, das möchte ich jetzt verwenden. Und das machen wir erstmal in unserer, Achtung, kurz warten, bis es angezeigt wird. Wir sehen es hier auch, es hat sich geändert. Also, wir haben hier, ähm, die, 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 wo ist sie? Ähm, das ist nicht reloaded. Ach doch, da unten. Äh, Spin.js Version 4.1.1. Okay, cool. So, was machen wir jetzt? Naja, wir brauchen natürlich noch irgendwie eine Index-HTML. Index-HTML, okay, Title passt erstmal. Und jetzt müssen wir das hier irgendwie reinkriegen. Hm, wie machen wir das? Naja, ganz einfach. Ähm, wir bauen uns jetzt hier eine JavaScript-Datei rein. Ähm, und nennen die jetzt erstmal Index.js. Warum Index.js? Naja, ganz einfach, weil wir es so definiert hatten. Und zwar hier in unserem Main. Ihr könnt die auch Main.JavaScript nennen. Völlig egal, das bleibt euch überlassen. Und hier drin definieren wir uns jetzt, dass wir den Spinner benutzen wollen. Und mit modernen Modulen könnt ihr das mit einem Import-Statement machen. Das kennt ihr vielleicht aus, äh, sagen wir mal sowas wie, In unserem Fall wäre das Spinner von der Spin.js-Datei. Denn in der Spin.js-Datei, können wir uns kurz angucken, in der Spin.js-Datei gibt es hier unten, ähm, hier ist es, ähm, ein Export-Spinner. Okay, das bedeutet, ich kann hier in meiner Index.js, kann ich meinen Spinner jetzt importieren. Das heißt, import Spinner from Spin.js. Cool. Okay, was mache ich damit? Naja, ich sage ganz einfach, window.spinner, äh, Spinner zum Beispiel, setze ich auf Spinner. So, cool. Und was ich jetzt damit mache, ist ganz einfach, ähm, meine Index.html und, äh, setze mir hier zum Beispiel einfach mein vartarget, äh, ja, ich sollte vielleicht vorher ein JavaScript eröffnen, sorry dafür, ähm, Script. So, ich setze mir mein vartarget auf mein document.getElement, äh, getElement bei, nicht bei Name, sondern bei ID, selbstverständlich. ID, äh, ja, getElement, so, jetzt stimmt's, äh, bei ID und hier oben muss ich jetzt natürlich noch irgendwie ein Element reinpacken. Hier sagen wir einfach mal, wir bauen uns ein div, ähm, und geben dem die ID ist gleich Spin.me. So, okay. Äh, da muss nichts rein, das passt alles, das macht JavaScript für uns, das heißt, ich kann hier einfach das Spin.me reinpacken und jetzt holt sich dieses, äh, Target natürlich dieses, dieses Document, äh, oder dieses Element. Okay, ähm, und ja, jetzt kann ich hier einfach mit meinem varSpin weitermachen, ähm, zum Beispiel varSpinner ist gleich ein neuer Spinner und den lassen wir spinnen. Cool. Ja, es ist sehr viel Spinning, ähm, was wir hier noch angeben müssen, ist, wo er spinnen soll, das heißt, im Target drin, das heißt, wir wollen quasi diesen Spinner in unser Target reinschreiben und, ja, das, das ist im Endeffekt alles, was wir hier brauchen. Okay, super. Wie sieht das im Browser aus? Naja, lasst es uns angucken. So, ähm, erstmal sehen wir, dass wir nichts sehen. Naja, gut, ist jetzt aber auch nicht ungewöhnlich, denn Spinner wurde ja noch gar nicht definiert. Das heißt, äh, wir wissen nicht, was NewSpinner eigentlich soll, denn wir haben die Index JavaScript hier noch nicht drin. Und jetzt kann ich natürlich hier einfach hergehen und die Index JavaScript mir hier reinsetzen, dann wird die hier oben geladen, wenn ich das hier speichere und dann aktualisiere, dann sehen wir immer noch, mh, irgendwie, Spinner ist nicht definiert. Was ich halt auch noch brauche hier, theoretisch zumindest, ist, ich muss die Spin.js hier reinpacken, damit ich hier drin das Ganze verwenden kann. Und jetzt sehen wir hier, mh, Unexpected Token Export. Hm, weil eben Exports von vielen Browsern immer noch nicht so richtig verwendet werden können und das macht die Sache natürlich ein bisschen schwieriger. Also, wie verwenden wir jetzt diesen wunderschönen Spinner? Naja, ganz einfach. Äh, wir, wir packen ihn gar nicht in unserem Browser rein und wir packen auch nicht die Index.js hier in den Browser rein, sondern wir packen das Ganze mit Browserify zusammen. So, das erstmal als Setup soweit. Ähm, und Browserify, ähm, kann jetzt hier eben das Ganze soweit umfunktionieren, dass man es eben verwenden kann. Und dazu müssen wir aber erstmal Browserify installieren und zwar mit npm install minus g für global, weil das ist eigentlich nicht wirklich eine Library, die ihr importieren wollt, sondern es ist eigentlich eher ein Tool, das ihr verwenden wollt. Sprich, ihr könnt dann einfach Browserify im Terminal aufrufen, aber ihr braucht es nicht in der Webseite, ja. Und dementsprechend sage ich hier, ich möchte Browserify importieren beziehungsweise installieren erstmal und zwar auf globaler Ebene. So, das dauert jetzt ein kleines bisschen, dauert allerdings nicht allzu lange und wir sehen, dass hier, ähm, 128 Pakete geändert wurden und 179 geauditet wurden. Okay, was kann ich jetzt machen? Naja, ich kann ganz einfach hergehen und mit Browserify die Sachen zusammenpacken. Das heißt, ich kann hier sagen, Browserify, bitte mach mal meine Index.javascript zu einem Bundle.javascript. Ich bündle sozusagen diese ganzen Dateien in eine rein. So, jetzt habe ich das Problem, Browserify hat leider keine digitale Signatur. Das macht die Sache ein bisschen schwierig, denn digitale Signaturen sind im heutigen Standard sehr, sehr, sehr wichtig. Und ich persönlich kann immer noch nicht nachvollziehen, warum sie das nicht haben. Aber ihr könnt die Ausführungsrichtlinie für dieses eine Mal sozusagen als Ausnahme hinzufügen. Stellt davor bitte aber sicher, dass ihr wirklich alles richtig geschrieben habt. Ähm, und ja, das können wir so machen. So, ähm, mit Set Execution Policy Scope Process und Execution Policy Bypass. Ähm, tatsächlich müsst ihr das nur unter Windows machen. Die anderen sollten da kein Problem mit haben, denn ähm, ja, es hat halt einfach keine Signatur, die von Windows soweit anerkannt wird. Und deswegen müssen wir das hier eben laufen lassen und eben diese ähm, Execution Policy das Ganze ignorieren lassen. Aber das gilt wie gesagt nur für diese eine Oh, ja, das wollte ich nicht machen. Das gilt nur für diese eine Session hier. Das heißt, wenn ihr eure Konsole beendet, sprich wenn ihr zum Beispiel die IDE neu startet, dann müsst ihr das wieder von vorne eingeben. Und das macht auch durchaus Sinn. So, wo haben wir denn jetzt unser... Habe ich das noch nicht hier gemacht? Ich habe das doch gerade eben gemacht. Okay, ähm, ja gut. Dann nehmen wir doch einfach mal hier nochmal das Ganze von vorne. Browserify und Index JS soll doch, ups, JS soll doch bitte in Bundle .js kombiniert werden. So, dann bekommen wir einen weiteren Fehler. Hm, naja, Import und Export darf nur mit Source-Type-Module gemacht werden. Und das sind offiziell keine Module. Tja, und Browserify ist genauso aufgebaut. Es gibt für alles ein extra Modul. Ja, und das bedeutet für euch, wenn ihr das Ganze benutzen wollt, müsst ihr euch darum kümmern, dass ihr das halt mit der richtigen Library dann quasi noch reinpatcht. Ja, ihr könnt euch das vorstellen wie so ein Steckbausatz. Ihr müsst erstmal richtig rausfinden, welche Bibliotheken muss ich verwenden und dann stecke ich die alle zusammen. Aber deswegen seid ihr hier. Denn es gibt noch ein tolles Tool, was wir hier installieren können und zwar auch auf globaler Ebene mit ES-Mify. Ja, das ist quasi das ECMAScript, ähm, ECMAScriptifizierung sozusagen oder ECMA-Scriptifizierung. Okay, also installieren wir das Tool auch wieder global, damit wir es auch auf alles haben. Und jetzt können wir hier, ähm, ah, die hatte ich noch gar nicht global installiert. Gut, dass ich das gemacht habe. Okay, ähm, dann können wir jetzt hier wieder mit unserem Browserify anfangen. Jetzt nehmen wir aber nicht die, ähm, Index.JavaScript, sondern wir lassen hier noch ein Modul quasi dazulaufen und zwar ES-Mify. Das heißt, Browserify-P-ES-Mify ruft auch das ES-Mify-Modul auf, das euch das Ganze dann in ECMA-Script umwandelt, was gültig ist. Lässt euch dann die Index.js bundeln in eine Bundle.JavaScript. Und das lassen wir jetzt durchlaufen. Ah, ja, jetzt weiß ich wieder, warum ich, ähm, ES-Mify nicht global installiert hatte, sondern nur lokal installiert hatte. Das brauchen wir nämlich. Ansonsten will das nicht. Okay, ähm, genau. So, und jetzt kann ich das Ganze hier laufen lassen und wir sehen, okay, da, da läuft einiges durch. Und wenn wir hier mal hochscrollen, dann sehen wir hier auch wieder, oh, oh, hier ist was nicht richtig gelaufen. Wir sehen hier schon ein Module not found und hier oben sehen wir dann, oh, oh, hier wurde ein Modul nicht gefunden, nämlich Browser Resolve. Jo, was ist Browser Resolve jetzt wiederum? Naja, ganz einfach, ähm, das ist ein Modul, was quasi verwendet wird von ES-Mify und deswegen halt auch mit dem Browser Resolve arbeiten soll. Ihr könnt euch da quasi wirklich so durchleiten lassen, dass ihr das dann halt eben auch noch braucht und das eben auch noch braucht. Also sagen wir hier npm install browser minus resolve. Okay, dauert jetzt natürlich ganz kurz wieder und wir haben das Paket. So, schauen wir nochmal rein, ob das jetzt funktioniert und aha, es hat funktioniert. Keine Fehler mehr. So könnt ihr euch da quasi so ein bisschen durchhangeln. Also, was, was geht schief? Übrigens, natürlich könnt ihr auch sehr, sehr gerne nach den Modulen dann suchen. Das sieht dann so aus. Ihr seht hier, Weekly Downloads sind bei über 5 Millionen. Das ist schon ganz ordentlich. Ähm, wir sehen hier auch, was das Ding kann, was es eigentlich tut und warum es benutzt wird. Das ist im Endeffekt dafür da, dass man eben hier auch Requires benutzen kann und zwar für den Browser sozusagen. Und ja, wir haben hier auch natürlich den ganzen, die ganzen Informationen. Da werde ich euch jetzt aber mal alleine mitlassen. Das könnt ihr euch selber durchlesen. So, was mache ich jetzt mit diesem Bundle.js? Naja, ganz einfach. Ich habe hier jetzt drin, dass ich einige Funktionen hier drin habe, falls das schief geht. Dann habe ich hier meinen Spin.js importiert und so weiter und so fort. Und im Endeffekt kann ich jetzt hier in meine Index, schreibe ich einfach meinen Bundle.js rein und nicht mehr meine Index.js, denn meine Index.js, die braucht noch, ähm, hier, die braucht noch mein Node-Modul, hupsala, ähm, die braucht noch mein Node-Modul und so weiter und so fort. Und das will ich eigentlich gar nicht. Ich will mich hier nicht weiter drum kümmern. Ich will einfach nur dieses eine Ding hier reinpacken und dann soll bitte alles vorhanden sein. So, was ich jetzt also hier mache, ist, ich aktualisiere diese Seite und wir sehen, tada, wir haben einen Spinner. Ja, der Spinner ist da und, ähm, er funktioniert auch. Ich habe hier keine Fehler mehr, sondern es ist da. Ja, das heißt, ich habe hier also scheinbar diesen Spinner hier richtig importieren können und damit sieht das Ganze auch so aus, als würde es richtig gebandelt werden und das ist im Endeffekt das, was ich hier möchte. So, jetzt natürlich die große Preisfrage. Muss ich das jedes Mal machen? Das nervt ja zu Tode. Ähm, jein. Ihr müsst das machen am Anfang ein einziges Mal und jetzt, wenn ihr das Ganze machen wollt, könnte ich hier einfach auf Browserify minus p bla 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 gehen und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch sagen, ähm, wir können, was können, was können wir denn hier ändern? Ähm, ich kann zum Beispiel hier noch meinen, ja, nehmen wir an, ihr habt hier irgendwas geändert. Dann wollte ich hier einmal weiter nur Browserify aufrufen und das ist dann einfach immer derselbe Code, der euch diese Bundle einfach neu erzeugt. So, das ist jetzt aber immer noch sehr, sehr umständlich. Das heißt, was könnte man machen, um das Ganze ein bisschen intuitiver zu bekommen? Und dazu gibt es in der Package.json diese Scripts, ja. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, wenn ich hier zum Beispiel npm run test mache, dann wird hier test ausgeführt, ja. Dieses, dieses Test wird dann einfach direkt ausgeführt und dann wird halt gesagt, okay, Test kann nicht gefunden werden. Ich kann hier aber meine eigenen Skripte einfügen und das kann ich machen, indem ich zum Beispiel hier ein Build reinpacke, also quasi als Befehl, ähm, und hier drin dann definiere, wie das Ganze auszusehen hat. So, jetzt kann ich mir das ja einfach hier kopieren und, äh, hier reinschreiben. So, und damit habe ich quasi mein, mein Build drin, ja. Das heißt, jetzt könnte ich hier einfach sagen, npm run build und niemand muss wissen, was ihr eigentlich gemacht habt und es wird jedes Mal einfach dieses browserify-p esmify index.js into bundle.js ausgeführt. Das heißt, wenn ich jetzt hier an meiner index.js irgendwas ändere, zum Beispiel, äh, noch ein console, ups, console.log starting oder sowas hier reinstecke, ähm, und das dann hier ausführe, npm run build, dann sehen wir hier, okay, ähm, mein, mein Bundle enthält jetzt sehr, sehr viel Code und, egal, äh, ich werde das jetzt nicht finden, ähm, wenn wir das hier allerdings neu laden, dann sehen wir hier, dass hier starting steht. Wunderschön. Das heißt, das hat tatsächlich jetzt auch funktioniert und ich habe quasi hier jetzt mit npm run build in meiner Package JSON festgehalten, was man eigentlich alles machen möchte und was man überhaupt hier braucht. Ich kann jetzt hier natürlich auch noch browserify eigentlich in meine Abhängigkeiten reinpacken. Das wäre zumindest interessant und sinnvoll. Das heißt, npm install browserify wäre auch noch definitiv nützlich hierbei. Ähm, und wie gesagt, diesen, diesen Node-Moduls-Ordner, den kann ich hier einfach, äh, den muss ich ja nicht reinpacken. So, das, das Nützliche hierbei ist jetzt, dass auch die Leute wissen, okay, browserify wird verwendet, denn immerhin steht es hier drin. Und wenn ich browserify nicht habe, kann ich eben kein npm run build ausführen. Dann würde ich nur Fehler bekommen. Ja, und damit habe ich im Endeffekt eine Variante, um alles soweit zu bündeln, alles soweit ausführen zu lassen. Übrigens seht ihr hier vorne diese kleinen grünen Pfeile. Das bedeutet, ich kann das auch als Konfiguration direkt starten. Ich muss hier quasi mir nichts überlegen, sondern ich kann hier einfach sagen run build play und dann habe ich hier oben schon direkt quasi meine run Konfiguration eingetragen. Dasselbe kann ich natürlich auch für Test machen. Ich kann hier run test machen und dann habe ich hier oben zwei Konfigurationen, die ich hin und her switchen kann. Ich kann die natürlich auch von Hand erstellen, aber ich würde es euch nicht empfehlen. So ist es viel, viel einfacher. Und ja, natürlich, jetzt ist Test broken. Klar, das, das hatten wir ja vorhin schon. Dazu kommen wir aber noch. Wenn ich hier allerdings jetzt browserify starten möchte, kann ich hier einfach switchen auf build, kann das bauen und fertig. Ja, dann wird immer genau dieser Befehl hier ausgeführt und npm ist da quasi für verantwortlich. Alles in allem also eine sehr, sehr gute Automatisierung von den ganzen Tools, von allem, was ihr eigentlich braucht. Und ja, natürlich auch dafür, dass ihr hier sehr, sehr gut mit anderen Sachen einfach den Code von anderen Leuten benutzen könnt. Ihr könnt jetzt Libraries benutzen von Millionen von JavaScript Entwicklern und ich glaube, das ist eine riesige Bereicherung. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.